Willkommen zurück zu Risen. Yo, wir sind hier stehen geblieben bei Broga. Aber wie ich jetzt heute, ja ihr werdet das in ein paar Wochen erst hören, erfahren habe, muss ich wirklich erst gegen Craig kämpfen, damit ich ihn besiegen kann. Und ich, wie ihr ja wisst, wenn ihr die Parts gesehen habt, wo ist Craig? Craig Ned, wo bist du? Ach, wo ist der Spasti denn jetzt? Oh, ist er wieder hier hinten. Yo. Also, Craig, der will ja nichts mehr hier. Der kann nur noch hier, bringt was über den Kampf bei. Ich will gegen ihn antreten und ich werde jetzt versuchen, mit einem Witzzauber es nochmal zu probieren. Wenn es dann nicht geht, ja, dann habe ich irgendwie Pech. Aber erstmal brauchen wir den Witz wieder hier. Der kostet 100 Gold. Dafür hauen wir ihm das jetzt da mit rein und Krautstängel. Und dann darfst du den Wein noch haben und das Wasser. Nicht so viel. Eine Pfanne. Kriegst noch einen Besen. Dann davon, davon, davon. Da. Da. Yo, alle 60. Ja, wir kriegen das gleich schon alles. Tee müsste ich ihm mal da reinlegen. Kaltes Herz. Super. Handeln. Stimmt so. Danke für den Witz. So, jetzt ziehen wir uns den Witz in die Leiste. So. Craig. 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 Was hat der denn jetzt für Komplexe? Sehr gut. Den muss ich mir merken. Und es hat nichts gebracht. Geil. Scheiße. Mist. Wie krumm ich jetzt an Brogas. Gucken, ob ich was von bei Sam hier jetzt machen kann. Also, jetzt weiß ich ehrlich nicht mehr. Domingo habe ich besiegt. Ah, das regt mich jetzt auf. Und ich will jetzt nicht nochmal irgendwie einen älteren Speicherstand laden. Der will Arbeiterkleidung. Weil der soll uns Arbeiterkleidung geben und wir haben nichts mehr an Gold. Oh, das ist so kacke. Nein, jetzt nicht. Ey, also meine einzige Möglichkeit scheint wirklich an diese Stücke zu kommen. Broga zu töten. Broga. Komm. Was soll das? Steck dir das da. Hau. Waaay. Helmet. Und es ist allen scheißegal Ja Ja Broga Manneken Tschüss Viel Spaß Freunde ich hab Broga besiegt Ach Scheiß echt drauf Dass ich den jetzt nicht in der Arena kalt gemacht hab Dafür hab ich diese 5 scheiß Bruchstücke Hallo Wasserfass Oh super Jetzt ist es mir auch scheißegal Alles Jetzt hab ich diese 5 Stücke Ich will zu Don Esteban Was hat der Kasper denn noch alles bei sich gehabt Jetzt müssen wir erstmal gucken Boah alter Hab ich irgendwelche Tränke bei mir Wurde mir auch geraten Mal mehr Tränke zu schlucken Da rein Ja Mana Trank brauche ich ja nicht mal unbedingt Als erstes hauen wir uns mal Noch ein Steak rein Und warum schlafen wir nicht einfach Och ich bin wieder so kompliziert heute Ich will eigentlich nur ein Part aufnehmen Aber jetzt haben wir Broga wieder besiegt Ne Broga Du hattest Glück Mehr nicht Das ist dir doch wohl klar Danke Broga Du alte Sau Bis zum nächsten Morgen So jetzt sind wir auch wieder heile Vom Gesundheits Hier gibt es nichts interessantes für dich Bis Mittag schlafen Dann müsste es ein bisschen heller sein Frühmorgens ist scheiße Danke Lorenzo Oh ist das schönes Wetter Super Jetzt provozieren wir weiter Broga Ich hab dir mal das goldene Bruchstück abgenommen Ich hoffe du hast nichts dagegen Ich hab gewusst Dass du das Ding haben willst Aber dass du so weit gehen würdest Respekt Das werde ich mir merken Mach das Was ist was ist Super Wir haben das Stück Jetzt guck mal ob Rachel jetzt wieder was von uns will Also das hat uns glaube ich jetzt echt Gibt es was besonderes Nö Gut Dann geben wir das mal ab Hier Damit sollte das Goldschwert komplett sein Tatsächlich Brav dass du sie zu mir bringst Du bist zu gebrauchen Jungchen Na dann will ich dir deine Arbeit mal entlohnen Was Komm später wieder Wenn ich das Schwert fertig habe Dann kannst du dir das Meisterwerk ansehen Hä Hier sieh mal Ich hab das Goldschwert für den Don fertig Seh es dir an Ist es nicht ein Meisterwerk Sehr schönes Schwert Nicht wahr Jetzt gib's aber schnell wieder her Du machst mir die Klinge bloß wieder schartig Keine Chance Ich werde das Schwert behalten Du Rotzbengel Was fällt dir ein Jetzt wird mir einiges klar Das hast du alles geplant Du Hund Du wolltest nur Dass ich dir das Schwert fertige Damit du beim Don Eindruck schinden kannst Wart's nur ab Jungchen Du wirst noch bereuen Mich hintergangen zu haben Verschwinde du Dreckskerl Jetzt bräuchte ich einen Witz Ich bin kein Schmied Verschwinde du Dreckskerl Gut dass du mir egal bist Kollege Wollen wir es über Rachel machen? Ach ich will doch mal den Schmied ärgern Verschwinde du Dreckskerl Tschüss So Broga Ohohoho Ist das geil Ist das geil Wollen wir noch mal tanzen Broga Ich mach mal noch kurz ein Sicherheitssafe Speichern Broga Hey Ich will schreiben Broga stinkt nach Käse Das ist unser Sicherheitssafe So Was soll das? Den schrägen wir Oh sie hat mich getötet Ja womit habe ich das verdient Dass ihr mich tötet Boah mit dem Schwert Wären wir so übermächtig Oder? Na es war auf jeden Fall Besser als das letzte Aber ich will ja nach Don Esteban Ich will Arbeiterkleidung Jetzt habe ich 67 Gold Das ist Ich mach jetzt hier in diesem Part Noch ein bisschen scheiße glaube ich Ich nehm sonst wieder zu viel auf Ich habe Phil getötet Phil ist tot Lang lebe Phil Ich werde natürlich jetzt nicht speichern Jetzt gehen wir aber Louis besuchen Oder wir killen Dryld Im Sumpf Armes armes Phil Weil ich werde den Handlanger töten Nein Geh weg Handlanger Ich werde Louis töten Willst du Ärger? Ja Ciao Nun ist Louis tot Ich rechne mit euch allen ab Louis du Säuferhorn Wo ist Danny? Nein Danny ist nett Wo ist Enrico? Oha Kannst du Sag mal Hä Und Danny ist tot So Jetzt Töten wir Duck Wir werden sie alle Töten Nein also ich werde das natürlich nicht speichern Ich werde gleich noch Bevor ich den Part beende Einfach mal Also den anderen Safe wieder laden Den ich Sicherheitssafe gemacht habe Also ne Keine Angst Duck Oh ich weiß wo wir noch hingehen Wir holen uns den ein Der uns zur Hafenstadt bringen wollte Da mach ich jetzt einfach mal so 16 Minuten oder so Ich mach mir jetzt hier noch ein bisschen Spaß mit diesem geilen Schwert Klingschaden 30 Sonst hat unsere Hiebschaden 18 Kling Schaden 15 Ich werde jetzt auch Wisst ihr was Ich werde den Part gleich Also den Safe gleich zwar neu laden Aber Ihr könnt mir schreiben Ob ich dieses Schwert behalten soll Also weggehe Aus der Stadt Aber im Endeffekt Wenn wir dann hinterher in die Vulkanfestung oder sowas gehen sollten Wird es uns ja auch nicht viel bringen Aber ne Vergesst es mal wieder Ich bleibe im Banditenlager Ich werde dem Donnen das Schwert bringen Und ein bisschen für den arbeiten Ach das schaffen wir glaube ich sogar noch in 15 Minuten Wir klatschen den jetzt hier Und dann gehen wir noch zu der alten Und klatschen die Und dann lade ich den Safe neu Und dann beende ich den Part Hallo Was soll das? Was? Ja Wo ist er? Und Neil ist tot Der arme Neil Ne wisst ihr was Wir gehen jetzt gleich einfach zurück Ich gucke mal ernsthaft Ob das klappt Ich mach den Part jetzt so Ich mach mal jetzt heute Ein 20 Minuten Part Wir killen jetzt noch Die Alde Und sollte das klappen Und dann Ja ich gucke mal so noch ein bisschen Ich hab heute richtig Bock Noch weiter zu zocken Um meine eigenen Wege zu gehen Ich töte jenen Der mir über den Weg läuft Auch ein bisschen assi Die armen Leute alle töten Aber Habe ich mir vom Captain HD abgeguckt Ja Ah ihr könnt ja mal Bei dem netten Herrn vorbeigucken Ich hab ihn in meiner Promotebox Ein bisschen Werbung Am Rande Weil er halt auch Dieses Spiel gerade spielt Hallo Na wie geht's dir? Ja du nicht mehr Oh die kann man nicht töten Was sagst du denn von mir Ichsche Ach komm Verpiss dich Lauf mit Komm ich bring dich zum Lager Ja guck mal Und sonst traut sie sich nicht mit da rein Ach ne wir laden den Safe gleich neu Hey Captain Tschüss Egal Jetzt gehen wir zurück Warum kann man die nicht töten? Alles andere konnte man töten Wir gehen jetzt zurück ins Banditenlager Und gucken mal Ob sie uns trotzdem noch Annehmen Oder wir klatschen noch ein paar Leute Und dann lade ich jetzt Safe neu kommt Das ist scheiße Mit allen Leuten hier töten Alle Leute töten Das ist assi Nein das machen wir nicht So etwas tun wir nicht Das schwert ist aber echt geil Ach da oben geht's weiter Was willst du denn? Alter Ja verarsch mich doch Du scheiß Viech Ach kommt Wir können auch was Saufen Wir laden den Safe gleich eh neu Wir klatschen noch ein paar Leute Ach Neil Der sitzt da ja nicht mehr Der liegt da wenn nur noch Mal gucken ob der Körper noch da liegt Armer Neil Naja Er hat seinen Zweck erfüllt Das Schwert ist aber echt geil Oder klatschen wir vielleicht den Schmied Vielleicht rotten wir auch das ganze Banditenlager aus Muhaha Nein okay das wäre Erstens würden wir das glaube ich nicht hinkriegen Da waren die da Geier Achso ja und da geht's zu diesen Tempelkriegern da So Wir können ja Riccardo töten Hm Mal gucken Mal gucken Die ganzen Lulatsche die wir gerade gekillt haben Oh ich weiß was Ich mach hier echt so eine 20 Minuten Fun Scheiße Ah Wir gehen und töten noch ein paar Leute Der arme Duck liegt hier noch im Sumpf Naja Armer Duck Am besten Domingo töten Oder was weiß ich wen alles Nee Hey du Was willst du Schöne Grüße von Oscar dem Schmied Er hat mich dafür bezahlt Dass ich dir mal ein bisschen aufs Maul haue Und weiter Tja Entweder du gibst mir jetzt mehr als Oscar Oder wir machen jetzt hier ein kleines Kämpfen Ja Super Du kannst mich mal Ganz wie du willst Dann mach dich bereit Gleich wird's dunkel Zeit für eine kleine Lektion Jetzt gibt's gleich was aufs Maul Drauf jetzt Ich bin beeindruckt Der steht so schnell nicht wieder auf Mörder Komm Ja Er steht so schnell nicht wieder auf Er hat ihn einfach so getötet So Oscar Was hättest du uns einfach den Kasper da auf Auf den Hals Ne Na du Mistkerl Mein Schläger hat es dir ordentlich besorgt So aufregend war es auch wieder nicht Ha Jetzt siehst du was passiert Wenn man sich mit mir anlegt Entspann dich wieder Ja Den schnappen wir uns Ja Du entwischst Und ich will dir eine Leere sein Oh Ich erleichtere mich mal ein bisschen Jetzt könnte ich das Schwert eigentlich fangen Wenn du noch mehr damit anstellst Ha Und das Schwert nimmt er sich nicht Du Lappen ey Ah Du bist so ein Idiot Mir egal Jetzt holen wir uns Broga Das hat er sich nicht anders verdient Ja Ja Den kriegen wir Ja 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 Was machst du nicht nochmal Ein paar Münzen habe ich mir aber verdient Kann sein dass ich Broga Habe ich Broga jetzt getötet Steck dir was Ja Du schlägst mich nicht nochmal Ja Ich Bin Der Bringen wir es zu Ende Ich habe Broga endgültig erledigt Aber leider auch Wurde ich getötet Schade Ah das war jetzt echt geil Broga stinkt nach Käse Heißt auf deutsch Es gibt auch eine Quest Dass wir Broga endgültig erledigen Aber Hm Naja Ja Freunde Das war jetzt ein bisschen Spaß Spaßgemache Funmaking Wir haben Das Schwert Was wir Dem Don Besser geben Oder eher gesagt Rachel Jo Jo Und ich sag mal Ich beende den Part hier an dieser Stelle Wir sehen uns dann im nächsten Part Bis dahin Tschüss Bis dahin Jetzt